Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Eine Zuschauerin hatte geschrieben zu meinem Video, in welchem ich erzählt hatte, wie toll es ist, dass wir als junge Frauen, als Teenager mit Interrail und Rucksack durch Europa reisen konnten. Sie hat da geschrieben, nicht alle Frauen konnten das. Zum Beispiel Frauen aus einer strengeren Gemeinschaft, mit einem vielleicht Migrationshintergrund aus der Türkei oder auch aus Griechenland. Und da möchte ich kurz etwas zu sagen. Ja, natürlich, wir Frauen, vor allen Dingen in der westlichen Welt, sind ein ganzes Stück weit gekommen. Wir haben sehr viel erreicht. In den 60er Jahren durften Frauen in Deutschland, überlegt euch mal, das ist noch nicht so lange her, das ist gerade mal 50 Jahre her, da durften Frauen auch in Deutschland nicht arbeiten, wenn der Mann nicht damit einverstanden war, wenn sie verheiratet waren. Eine verheiratete Frau musste tatsächlich ihren Mann um Erlaubnis bitten, ob sie arbeiten durfte. Und wenn es nur eine Stunde am Tag war, in einer Boutique zum Beispiel. Frauen waren wesentlich abhängiger von anderen Menschen, vor allen Dingen von Männern, von der Familie, von den Eltern, von den Ehemännern. Ganz viel durften Frauen nicht. Und gehen wir ein paar Jahre zurück, dann sehen wir, dass Frauen nicht einmal wählen durften. Jetzt werden einige von euch sagen, naja, wählen ist vielleicht gar nicht so freiheitlich, Demokratie und so weiter. Können wir alles darüber diskutieren. Und ob Frauen arbeiten müssen oder wollen, können wir auch darüber diskutieren. Aber es geht um die Freiheit, es zu tun. Und ja, wie die Zuschauerin auch so absolut richtig schreibt, und das ist heute übrigens in ganz vielen türkischen Familien, in der Türkei, aber auch auf dem Land, in Griechenland, auch heute noch so, aber auch auf anderen Kontinenten, Frauen sind nicht so frei. Frauen dürfen sich nicht so frei bewegen. Sie dürfen nicht frei entscheiden und sagen, so, nicht einmal eine Scheidung ist in manchen Kulturen so einfach. Sogar wenn der Mann wirklich schlimm ist, die Frau womöglich auch psychisch nicht gut behandelt oder auch physisch nicht gut behandelt und die Frau sagt, ich will das nicht mehr, ich will ein anderes Leben, ich will ihn verlassen. Es gibt Kulturen, wo das auch heute noch hier auf dieser Erde mehr oder weniger unmöglich ist. Und wenn die Frau es doch tut, dann wird sie ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Sie hat ein wahnsinnig schweres Leben. Ja, wir sehen es sogar auch bei uns in Deutschland, bei vielen Frauen mit Migrationshintergrund, dass sie wirklich tatsächlich flüchten müssen vor der eigenen Familie in ein Frauenhaus, weil sie so sehr bedroht werden, weil das nicht geht. Ja, und auch Frauen, die heute noch, auch in Deutschland, vor allen Dingen Frauen mit Migrationshintergrund, die nicht sich frei entscheiden können, ob sie ein schönes kniefreies Kleid anziehen oder Oberarme, die frei sind oder vielleicht sogar auch das Kopftuch. Das sind alles Dinge, die sind nicht selbstverständlich. Wir haben dafür gekämpft. Unsere Mütter haben dafür gekämpft und auch wir Frauen jetzt, ja, auch ich, habe dafür gekämpft. Ich habe gesagt, ich mache das, ich gehe. Zum Glück hatte ich Eltern, die, ja, die das eingesehen haben. Eine sehr starke Mutter, die gesagt hat, meine Töchter können selbst entscheiden, was sie tun. Dazu gehört ein starker Charakter. Dazu gehört ein starker Mensch. Aber sie hat auch wirklich noch viel, 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 viel mehr kämpfen müssen, als zum Beispiel ihre Töchter. Überlegt euch mal, der Bikini, ja, Bikini, 60er Jahre, Mary Quant war das, glaube ich, die den Bikini erfunden hat. Eine Revolution. Zuerst die Revolution, dass die Frau überhaupt an den Strand gehen kann in einem Badeanzug. Ein Anzug zum Baden. Ein Badeanzug, ja, mit freien Beinen, freien Armen. Es gibt Kulturen, wo Frauen nicht in einem solchen Badeanzug baden dürfen, sondern tatsächlich auch wirklich Arme und Beine bedeckt haben müssen. Ja, wir haben viel erreicht. Und es gibt auch wirklich viel, 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 was wir noch erreichen können, noch mehr erreichen können. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Frauen, vor allen Dingen in der westlichen Welt, all das tun können, was wir heute tun. Und dann kommen Diskussionen in unserer Gesellschaft wieder, wo ich mich wirklich an den Kopf fasse, wo Männer sagen, ja, Männer mit Migrationshintergrund, die in Deutschland leben und die dann sagen, es kann nicht sein, dass eine Frau in der Öffentlichkeit ein Eis schlägt, ein Eis auf einer Waffel, dass sie ein Eis schlägt. Das ist zu erotisch. Prima, dann sage ich, lieber Mann, du hast in unserer Kultur, in diesem Leben, hier in Deutschland, absolut nichts zu suchen. Du solltest wirklich mal wieder, wenn überhaupt schon geschehen, ja, in den Niederlanden ist es übrigens obligatorisch, der sogenannte Integrationskurs, ja, Du solltest diesen Integrationskurs nochmal von Anfang an belegen, denn du hast nichts verstanden über das, wie es hier funktioniert. Ich würde niemals auf die Idee kommen, in einem arabischen Land, zum Beispiel in Saudi-Arabien, mit einem super kurzen Mini-Rock und Arme, die frei sind, mit einem tiefen Ausschnitt durch den Stadtverkehr zu spazieren, weil es dort nicht in Ordnung ist, weil es dort nicht zur Kultur gehört. Aber bei uns gehört es zur Kultur. Und es ist immer eine Frage von, und da sind wir bei dem Thema, wo ich heute auch darüber reden wollte, Respekt. Respekt vor anderen Menschen, Respekt vor Kulturen und auch Respekt vor den Menschen, die vielleicht einiges schon erreicht haben. Klar, für meine Tochter ist das selbstverständlich. Selbstverständlich kann sie anziehen, was sie will. Selbstverständlich, hier in der westlichen Welt, selbstverständlich kann sie arbeiten, wann sie will. Sie kann tun, im Prinzip kann sie tun, was sie will. Sie kann Eisschlecken, wo sie will. Sie kann reisen, wann sie will. Aber das war sogar noch vor 50 Jahren nicht unbedingt so selbstverständlich. Und deswegen allergrößtes Respekt vor all diesen Frauen, die sich dafür eingesetzt haben und auch dafür gekämpft haben, dass wir so weit gekommen sind, wie wir gekommen sind. Und wie gesagt, in manchen Kulturen sind Frauen noch nicht so weit. Vielleicht wird es da auch in nächster Zeit nicht so weit kommen. Vielleicht doch. Wir sehen sogar in einigen arabischen Ländern, dass da zum Beispiel Dubai hat sich auch wesentlich mehr geöffnet. Ist es ein wirkliches Öffnen oder ist es nur ein Öffnen, weil im Augenblick ganz viel westliches Geld und ganz viele westliche Menschen nach Dubai kommen? Aus unterschiedlichen Gründen. Wir werden sehen. Aber wichtig ist, dass wir Respekt haben. Respekt vor den Frauen. Überhaupt Respekt vor allen Menschen, ganz klar. Aber auch Respekt vor den Frauen, die das, was jetzt für so viele Menschen, für so viele Frauen auch selbstverständlich ist, dass sie dafür gekämpft haben. Und deswegen finde ich, und das fällt mir heute in der Gesellschaft auch auf, es ist aber nicht nur heute. Es ist immer in dem Augenblick, wo etwas, was lange nicht selbstverständlich war, selbstverständlich wird, da vergessen wir sehr schnell, was wir alles haben. Wie weit wir gekommen sind, wie wunderbar unser Leben ist, wie viele tolle Entwicklungen es gibt. Ja, wie weit auch wir gekommen sind mit Hilfe der, ja, der, der, der schwierigen Situationen, in denen die Frauen vor uns waren. Deswegen, junge Frauen, bitte, habt ein bisschen Respekt vor den älteren Frauen. Und ich merke gerade, es wird uns ja auch in der Gesellschaft erzählt, ja, ihr älteren Menschen, älteren Frauen, da brauche ich keinen Respekt davor haben, denn die sind ja schuld daran, dass wir so viel Ressourcen verbrauchen. Die haben ja jahrelang auf unsere Kosten gelebt. Lasst euch diesen Blödsinn nicht einreden. Keiner lebt auf Kosten anderer. Wir sind alle im gleichen Boot. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns gegenseitig respektieren. Und dass wir auch in den verschiedenen Ländern die verschiedenen Kulturen respektieren. Die verschiedenen, ja, vielleicht Eigenarten in der Gesellschaft, die üblich sind oder nicht. Bei uns kann ich ohne weiteres ein Kind über dem Kopf streichen und sagen, du bist ein süßes Kind, ein liebes Kind, ein kleines Kind. Ja, kann ich ohne weiteres mit Zustimmung natürlich der Eltern, ne. Ich kann die Mutter fragen, darf ich das Kind mal wirklich so ein bisschen knuddeln oder liebhaben. Es gibt Länder, in denen das die allergrößte Beleidigung ist, die man einer Familie antun kann. Deswegen sollte ich mich auch immer vorher über die Sitten und Gebräuche eines Landes informieren. Und ja, ich finde es traurig, dass es immer noch viele Kulturen gibt, in denen Frauen nicht die Freiheiten haben, wie sie sie im Westen haben. Nicht die eigene Entscheidungsfreiheit. Aber ich bin froh, dass wir so weit gekommen sind in Deutschland, in Europa, im Westen. Und wie gesagt, es ist nicht alles nur schlecht. Es gibt ganz viele Dinge, die super positiv sind, super gut sind. Und ich bin sehr froh darüber. Und danke für diesen wunderbaren Kommentar. Denn ja, es ist nicht alles selbstverständlich. Es gibt ganz viele, vor allen Dingen auch Frauen, die das heute noch nicht können. Und natürlich dann damit verbunden auch sehr viele Mädchen. Und deswegen schicke ich gerade diesen Mädchen auch jetzt ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, ganz viel Energie. Wir sind auf dem richtigen Weg. Davon bin ich überzeugt. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.